Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Craftopia. Zum Ende der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass wir eine Überpopulation der Kühe haben. Da will ich mir heute mal was einfallen lassen. Und zwar gibt es eine weitere Batterienproduktion, beziehungsweise das mit den Schafen hier werden wir erstmal komplett aufgeben. Wir werden hier ein bisschen umdekorieren. Man hört es schon, die Kühe drehen richtig frei gerade. Und ich brauche Platz für die Kühe. Und wenn ich schon so viel habe, können die eigentlich auch gleich Batterien für mich farmen, würde ich sagen. Und nebenbei natürlich als Geldquelle dienen für Geld. Scheiße, wie machen wir das jetzt am dürfsten? So, so, so. Dann muss hier vorne auf jeden Fall noch eine Belt hin. Ja, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass wir so eine krasse Überpopulation haben. Gehst du bitte weg? Danke. So. Und einmal drehen. Danke. Ich brauche unsere Batterie-Maschine. Oh Gott, wo wird die Batterie jetzt nochmal rausgeworfen dort? Warte. Die wird hier rausgeworfen. Dann. Setz mal eine da hin. Passt. Ich muss ganz kurz aufs Schwert wechseln. Ich muss die Kühe hier mal rauslassen. Ich werde mir aber noch ein paar einfangen, ganz schnell. Ja, Autosave war klar. Dann kommt es immer zu minimalen Legs bei mir. Ich kann die Welt im Übrigen jederzeit einen Multiplayer freigeben. Wenn ihr mal Lust habt, mitzumachen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, ich weiß jetzt nicht. Ich haue jetzt einfach mal alle Bälle hier rein. So, das war der letzte. Ach, du Scheiße. Das ist echt nicht gerade wenig hier. Ja. Holy Shit. Ich habe damit einfach gar nicht gerechnet. Ich habe damit, dass das so krass werden würde. Ich muss sie halt erstmal alle freilassen gerade. Holy Shit. Holy Shit. Ja, natürlich nehmen meine Bausachen hier auch Schaden dadurch. Das ist auch nicht gerade schön. Aber gut, ich kann es jetzt nicht dran ändern. Ich hätte nie gedacht, dass das so krass abgeht. Holy shit. Ach du Scheiße. Ey, ich muss die Schwerte aus der Hand nehmen. Das geht gar nicht. Da unten kriegen die ganzen Kühe auch Damage gerade, die ins Wasser fallen. Ach du. Holy shit. Ich muss mal die Kühe hier oben irgendwie tot kriegen. So, weg damit. Scheiße ey. Nee, da ist keiner reingeploppt. Na, komm her, Kuh. Ach du Heimatland. Ja, ich würde sagen, das ist eine Menge. Aber gut, dass mir das Wasser jetzt geholfen hat beim Dezimieren. Ähm, gut, wir haben keine Kuh mehr. Das ist sehr nice. Dann können wir jetzt anfangen, hier hinten weiterzumachen. Und zwar, wir brauchen jetzt hier einmal, ja, unsere Melkmaschine. Die darf natürlich nicht fehlen. Einmal da hin. Ich hoffe, das passt so. Ja. Und hier. Wir haben ja noch eine davon. Ich würde sagen, die bauen wir auch noch auf. Ein Stück noch zu mir, wenn es geht. Okay, ich muss hier alles umändern. Ey, lass mich. Ey, lass mich. Sag mal. Willst du mich verarschen, ne? So. Der Pott muss auch erst einmal hier weichen, ne? Ähm. Ähm, 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 ähm. So. Das Ding kann ich erst einmal wegmachen. So. Jetzt kommt... Das Gerät. Doppelte Batterieproduktion. Ich weiß nicht, ob wir jemals so viele Batterien brauchen, ne? Nein! Warum? Ähm. 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 What the fuck? Was war das gerade für ein Glitch? So. Ähm, okay. Einmal das da. Ähm. Bauen wir... Ja, es muss nach da vorne, damit die Batterie auf die Welt fällt. Ähm. Hier unsere Melkmaschine. Die 7. Kommt da hin. Und jetzt nochmal die Nummer 6. Ähm. Da hin. Das müsste jetzt so passen. Jo. Die schwebt ein bisschen in der Luft. Das gefällt mir gar nicht. Geh. Einmal sneaken. Weißt du was, wir bauen die mal ein Stück nach hinten, ne? Die schwebt immer noch in der Luft. Egal. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz die Deckenplatten hier nehmen. Damit ich den Boden ganz in Ruhe weitermachen kann. Also wenn das so eine krasse Überpopulation ist. Ja. Warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? So. Die 6. Damit das hier einmal safe ist. Ähm. So und so. Und dann. Wir brauchen nur eine von den Maschinen hier. Ähm. Geh. Die werden wir nach hier hinten verfrachten. Ja. Wir gucken mal. Wir wollen sie ja mittig haben. So. Ich denke mal, das müsste ausreichen. So. Dann kommt hier wieder eine Belt hin. Ist klar. Ähm. So. Ach. Ich muss hier alles neu machen. Aber ich hätte echt ehrlich gesagt nie gedacht, dass das so krass abgeht. Mit den Kühen. Ähm. Hier. Ja. Ähm. Das kann bleiben. So. Dann brauchen wir einmal die jetzt. So. Dann brauchen wir wieder eine stinknormale. Oder wir gucken erstmal, ob wir den Pot setzen können. Äh. Einmal sneaken bitte. So. Wenn ich da oben jetzt eine Belt ran setze. Das müsste doch eigentlich reichen. Ähm. Der Pfeil. So. Tatsächlich nicht. Wir brauchen noch eine. So. Die 6. Da wird hier einmal dicht gemacht. Und da hinten. So. Und dann schauen wir mal, ob das hier was bringt. Oder nicht. Und ob die Kühe das Zeug da reinschubsen. Das wäre natürlich scheiße. Aber die dürften das nicht da reinschubsen. Müssen dürfen tun. Irgendwie so. Oh. 14 Kühe mittlerweile. Ja. Ich habe noch Ansaugböppel. Die brauche ich aber im Grunde jetzt eigentlich gar nicht mehr. So. Die erste Kuh steht da. Und die läuft einfach nur rum. Da ist die nächste. Die steht auch nur rum. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Da ist wieder eine Kuh. Also die gehen schon mal nicht in die Melkmaschine rein. Das ist scheiße. Allerdings auch. Ja. Bis jetzt noch sehr gut. Ja. Denn solange sie nicht da reingehen. Oh. Doch. Da ist die erste drin. Aber. Ja. Da geht die erste gut zum Essen. Tschüssi Koski. Ähm. jetzt ja, die war instant down Essen wird hergestellt okay, ich glaube, der Platz ist doch ein bisschen zu groß wenn ich das so in Betracht ziehe den Ein-Ansaug-Pöppel werden wir auf jeden Fall hier oben ransetzen so, dass der ganz in Ruhe das Fleisch auch ansaugt was er nicht macht wow ihr könnt ruhig ja, komm, geh rein da hinten okay, also wir haben wieder minimalen Verlust durch das Zeug, was despawn wird da werden jetzt Batterien auch hergestellt das ist sehr gut die nächste Kuh die zum ja kochen wandert ja gut ich hab hier noch ein bisschen was eine wird gemolken einige Batterien ich könnte hier im Grunde eigentlich auch mal eine reinwerfen so oh ähm ey, wo ist der Pokéball hin? ach nee, jetzt geht die erste Kuh da rein das ist wiederum nervig ist da was ich lass den Pot einfach ganz weg ähm weil das kann ich ja auch selber herstellen das Essen ganz ehrlich also ja dann spare ich mir das lieber für irgendwas anderes auf achso da ist ja noch Zeug drin das stimmt so äh komm und wenn ich kann es im Nachhinein immer wieder neu aufbauen so ist es nicht so, dann kann ich die Kühle jetzt alle hier rauslassen äh äh eine haben wir noch ich muss kurz was essen äh ich hätte aber nie gedacht dass das so krass werden würde holy shit ich bin gerade am überlegen ob ich es da nochmal übertreibe wir haben auf jeden Fall einen minimalen Verlust von den Ressourcen durch die Tiere die da hinten und hier drinnen sterben aber ich will jetzt nicht zig hunderte Ansaugböppel aufbauen das bringt es ja nicht hm 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 ach ne Kühle komm bleib doch mal bitte weg ich will das einfach nur setzen ne hey diese Kuh hier vorne ne ganz ehrlich oh wisst ihr was ihr könnt mich doch mal gern haben hier jetzt läuft die nächste dahin ha ähm Moment mal wo ist denn die Anzeige von da hinten denn die würde ich halt schon gerne sehen wollen wenn ich das da hinsetze ja 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 ihr seht das hier wird auf jeden Fall da gibt es minimalen Verschleiß wobei wir das eigentlich auch noch lösen könnten das Problem indem ich eventuell hier noch ey welche anbaue da und da ja aber das hier ist das Problem durch die Küh die hier sterben aber gut das soll mich nicht jucken das ist wirklich nur minimal die erste Kuh ist wieder drin kommt geht noch eine da rein zum pimpern oder nicht kommt eine geht doch noch sonst muss ich da noch mal eine reinwerfen ich hab nämlich jetzt aus Versehen alle verballert ähm wo haben wir noch eine Kuh Schaf Schaf Kuh Kuh das kann ich ja äh okay das sieht bisschen weird aus aber so was von ja mal gucken ansonsten lasse ich mir offscreen noch irgendwas einfallen um das ein bisschen umzubauen ansonsten wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da der ist ganz wichtig für den YouTube Algorithmus lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video bis dahin bleibt entspannt genießt den Tag und bye 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 Rockstar dancer till I drop My life is just hard in my home is the club Must exist the dance, somebody never stops